War hier noch irgendwas? Nö. Hauptsache, wie gesagt, die Quali ist jetzt Bombe. Das ist ja richtig, dass ihr jetzt gucken könnt. Äh... Für dich auf YouTube ändert sich ja sowieso nichts. Da ist die Quali ja eh top, weil das ja Aufnahme ist. Eine Videoaufnahme. Okay. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Du verstehst aber, was ich meine. Ähm... Wenn du meinst, dass ich... Wenn du meinst, wegen Quali mäßig, ob es da besser wäre... Ähm... Würde ich sagen eher nein, weil das Problem auf der Playstation liegt. Wie ich finde. Ich nehm mal Gesundheit. Hallo Tyrael Prime. Willkommen zum Let's Play. Stoom. Ich hab ihn verzerrt. Ich hab ihn verzerrt. Ich hab ihn verzerrt. Ich glaube ich muss mich für das, was hier geschehen ist. Entschuldige. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass... Olivia Jones. Entschuldigung. Du rennst vielleicht nichts von unserer Forschung. Aber du musst wissen. Wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt. Weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist. Das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht richtig. Ja, Daria. Glückwunsch. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Finde die Ursache. Abgeschlossen. Und ich glaube, damit haben wir es auch beendet gehabt. Ich glaube, damit war es auch. Ich mache so meine Tür normalerweise auch immer morgens auf. Wenn ich aufstehe, schlage ich die erstmal ein. So. Ähm. Ja, und damit war es das. So. Keine Extras gefunden. Ich habe jetzt auch nicht großartig geguckt. Wie gesagt, ich hatte ja, ähm... Ich hatte ja im... Ja, im privaten Gameplay habe ich ja selber so ein bisschen schon gesucht gehabt. Also du streamst jetzt mit der Elgato über Twitch und machst gleichzeitig einen Stream über Ustream oder YouTube oder Dailymotion. Und kannst auch die Leute, die live von der Playstation ins Boot holen? Also du streamst jetzt gerade über die Elgato. Ja, genau. Ich streame über die Elgato. Und über Twitch, genau. Und machst gleichzeitig einen Stream über Ustream und YouTube. Geht ja nicht. Wie denn? Wie soll es denn gehen? Kann ich ja nicht. Ich kann die Leute live von der Playstation ja nicht ins Boot holen, weil... Ähm... Ja, ich könnte es schon machen. Klar, sicher. Aber das würde meine Leitung glaube ich nicht mitmachen. Du meinst dann halt jetzt, äh... Die Share-Taste aktivieren und über die Share-Taste von der Playstation dann halt über YouTube streamen. Dann nochmal. Dass man halt zweimal streamt. Aber... Naja, gut. Kernschmelze. So. Verhindere die Kernschmelze. Okay, dann wollen wir... Alter, alter. Die weitere Analyse des aktiven Praetorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Ah, ja, ich seh's. Kampfbewertung. Durch Kämpfe kannst du dir... Die Antwort hat dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Say, oi, oi, Simon, holle, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play, live schon mal willkommen zum Live-Let's Play von Doom. Kampfbewertung. Durch Kämpfe kannst du Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Okay. Ich schau trotzdem mal, ob wir ein paar Punkte vergeben können. Ah, guck mal, wir haben hier einen Waffenpunkt. Den können wir... Also hier brauchen wir drei für. Und hier, mhm, rasche Erholung. Reduziert die Nachladezeit zwischen Salven. Erhöht die Feuerrate der Salven. Reduziert die Aufladezeit für die aufgeladenen Salven. Ich nehme mal die Schnellfeuer... Ich nehme mal die Feuerrate. Und was haben wir noch da? Hier haben wir einen Waffenpunkt. Können wir hier auch noch was verbessern? Ja. Verbessert die Effektivität von Verstärkern. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Okay, was haben wir sonst noch? Die Automap entdeckt Erkundungsgegenstände in einem größeren Bereich auf. Oh ja, das machen wir mal. Das klingt super. So. Da war noch was. Moment halt. Da war... Übrigens, das ist die Map dann. So sieht das ungefähr aus. Ja. So ungefähr könnt ihr euch auch den Map-Editor vorstellen. Der ist noch ein bisschen ausgereifter. Na, so sieht das dann aus. So, ich wollte aber hier nochmal schauen. Achso, hier sind die ganzen, äh... Ja, Tutorials. So. Willkommen. Achso, übrigens, ich hab ein, ähm... Bevor ich das mache, ich... Ich zeig euch das gleich mal. Ich zeig euch gleich mal ein Insta-Egg. Ich hab das nämlich schon gefunden. Durch Zufall nur. Zeig ich euch gleich mal. Erinnert mich daran, wenn ich das vergessen sollte, ja? Dass ich euch das Insta-Egg zeige. Ja? Und daran kann man sehen, dass sich das Spiel selbst nicht ernst nimmt. Wie gesagt, wenn ihr... Wenn ihr mich daran gleich nochmal erinnert, falls ihr das vergessen sollte, bitte sagt mir das. So. Ähm... Ich erledige jetzt erstmal hier die Leutchen. Ja, ist ja gut. So. Und hier war doch vorhin jemand gewesen im Stream, der wusste hier, glaube ich, nicht weiter, ne? Hier bei der Kernschmelze, ne? Kann das sein? Da war doch gerade ein lieber Zuschauer, der wusste, glaube ich, hier nicht, wo die blaue Schlüsselkarte ist. Wie gesagt, den Bereich hatte ich eigentlich schon durchgespielt. Und danach war Ende. Danach hab ich aufgehört. Lass das. Lass das, sag ich dir. Lass das. Ach, guck mal, da hinten. Bam. In die Fresse. So, warte. Bisschen Rüstung in dem Moment. Bisschen Muni. So. Nicht vergessen, zeigen. Ja. Wie gesagt, erinnert mich bitte gleich daran, falls ich das gleich vergessen. Jetzt haben wir aber hier Ruhe, ne? Jetzt geht das eigentlich, oder? Ja, jetzt geht das. Und zwar, ähm, gibt es hier ein Easter Egg? Das kann man eigentlich, das ist eigentlich, ja, ich sag mal, ein Easter Egg. Normalerweise kennt es eigentlich jeder. Ja? Ihr seht da unten hier dieses, die Lava. Und, äh, ich sag nur dazu, wer Terminator 2 gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich erinnern, woher das ist. Ja? Und der wird auch wissen, was jetzt kommt. Das ist so cool. Das ist auch Terminator 2, das Ende, wo er da in den, in den heißen, ja, in die heiße Lava da reingesetzt wird und dann zeig ich dir den Daumen nach oben. Das ist so geil. Das ist so cool. Oh, Mann. Ich find's geil. Di, 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 di. Ich ja sowieso großer Terminator-Fan bin. So, okay, dann sind wir wieder. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder neu erledigen, die Gegner, ne? Nein, Gott sei Dank. Er speichert das, oder? Nein! Ach, egal. Machen wir's halt nochmal. Hallo, mein Freund. So, ist ja nicht schlimm. So. Erstmal schön aus dem Bild treten wieder. Das ist die Hauptsache. So. Ähm, gruselig. Ja. So, 17 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show und zu Doom, dem Live Let's Play. Auch auf dich, äh, bei dir auf YouTube. Herzlich willkommen. Schön, dass du immer noch dabei bist. Und, ja, mein Gott, ich freue mich schon sehr. Ich bin sehr gespannt, wie das auf YouTube auch ankommt bei den Leuten. Ob das Spaß macht, zuzusehen. Wee. Ach, guck mal an. Na, ach, der ist schon tot. Okay. So. Wie war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Äh, lalalalala. Da ist nochmal ein bisschen Schild. Das nehmen wir noch mit. So, ich glaube, dann ging's nämlich hier, glaube ich, erst lang. Nee, Quatsch. Genau, ich brauche erst die gelbe Schlüsselkarte. Die gelbe Schlüsselkarte war wo gewesen? Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Hab heute Doom geholt. Und hatte das... Was? Und hatte... Was, 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 was? Sag mal, kann es sein, dass die Gegner sehr schwach sind? Äh, das ist auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Das wird, glaube ich, noch schwieriger. Weil ich bin schon auch relativ häufig mal gestorben. Und ich möchte das ja nicht im Let's Play zumuten, dass ich hier nur am sterben bin. Sondern möchte er ja auch viel zeigen. Und im Let's Play kannst du ja nicht hier so einen Hardcore-Schwierigkeitsgrad nehmen. Darum geht's mir ja auch. Ich werde dann natürlich auch noch die anderen Schwierigkeitsgrade zeigen. Im Stream dann aber nur. Aber jetzt für das Let's Play auf YouTube, wie gesagt, nehme ich dann halt den normalen Schwierigkeits... Na, weißt du wohl... Alter. Den... Na, den normalen Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, die Bosskämpfe werden, glaube ich, trotzdem nicht leicht werden. Äh, hab heute Doom geholt und hatte mein Doom-T-Shirt an. Voll geil. Jerome voll mega. Das ist, äh, ja, das ist total geil. So, hier ist die gelbe Schlüsselkarte. So. Nein, aber wie gesagt, für, für, äh, YouTube nehme ich da immer den normalen Schwierigkeitsgrad. Weil einfach... Weil, wenn du nur am Abnippeln bist, macht das auch keinen Spaß, dann zuzusehen. Uah, 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 alter, uah. Ja, von wegen leicht, ne? Von wegen leicht. Der stirbt überhaupt nicht zum Beispiel jetzt. Jetzt gerade. Und wenn du meine Lebensanzeige siehst zwischendurch, ich muss schon manchmal so ein bisschen hadern mit mir und gucken. Ein bisschen Schröpfe in Munition haben wir doch noch wieder gekriegt. So. Kevin, so scheint es, gell? Fallen gleich um. Ja, wie gesagt, ist normaler Schwierigkeitsgrad. Nimm doch mal den Schwierigkeitsgrad, wo selbst die Entwickler verzweifeln. Der geht nicht, der ist noch gesperrt. Der Schwierigkeitsgrad ist gesperrt. Das ist dieser ultra brutale Schwierigkeitsgrad. Uah, Schwierigkeitsgrad. Das ist dieser ultra brutale Schwierigkeitsgrad. Und wie gesagt, ich nehme gerade ein Live-Let's-Play auf. Ja, und ich werde jetzt den Schwierigkeitsgrad natürlich jetzt nicht mit einem Let's-Play ändern. Ja, ja. Halt den Rand. Wer redet mit dir denn? So, was haben wir hier? Habe ich jetzt... Ich bleibe mal der Flinte. Habe ich denn? Nein, nein, habe ich nicht. Hallo, mein Freund. Schön, dass du da bist. Aua. Lass das. Höh. Äh. Wah. Hilfe, 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 Hilfe. So, ich weiß, dass hier noch ein Secret ist. Wo war denn das nochmal gewesen? Irgendwo war hier dieses kleine Männchen noch zum Sammeln. Ich frage mich gerade, wo das war. Schade. Ja, trotzdem eine Herausforderung. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich muss manchmal trotzdem auf meinen... Ah ja, hier war das. Da ist das Männchen drin. Man muss trotzdem auf seine Lebensenergie ein bisschen achten. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt hier komplett durchrennen kann. Also, dass es sobald die Horden schon mehr werden, wird das schon verdammt haarig. Yeah! Survival! Wah. Lass das mit deinem Lasergewehr. Wie viel die aber auch einstecken, ist ja schon nicht mehr feierlich. So, hier war auch irgendwo ein... Oh, 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 Alter, oh, 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 oh. Geh weg, Hilfe, lass was, lass was, lass was, lass was. Äh, nein, 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 lass mich. Lass mich. Boah, cool. Ah, wie geil das aber auch gemacht ist mit... War es voll goldig. Süß, die Roboterpuppe. Ja. Einen Schuss haben wir noch. Ich möchte aber trotzdem nochmal hier bleiben, weil ich weiß, dass es hier in dem Bereich definitiv ein Secret gibt. Ich meine, wo war denn das nochmal gewesen? Hinten war das, glaube ich. Ein Secretraum. Der war... Wo war der denn? Wo muss ich denn da nochmal lang? Hier lang war der, glaube ich, ne? Ja, hier. So. Wie gesagt, die Kernschmelze hatte ich schon im Privaten so gespielt, aber dann war auch Ende. Genau, hier. So. Das hätten wir. Weiter geht's. Ansonsten... Ja, ansonsten war ich jetzt... Ich glaube, wir müssen wieder nach... Oder war das hier? Nee, hier war es nicht, ne? Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt nach oben. Wie geil sich das spielt einfach. Da geht's jetzt wieder... Nee, Quatsch. Wir können ja hier einmal das Knöpfchen drücken. Runterladen. Automap bespeichert. Wir haben die Map erweitert. Und gehen dann mal weiter. So, ein bisschen... Hilfen einsammeln. Und... Die blaue Schlüsselkarte. Da haben wir sie. Übrigens, für denjenigen, der zugesehen hat und gefragt hatte wegen der Schlüsselkarte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Hier ist die blaue Schlüsselkarte dann. Und ich meine... War das hier gewesen mit dem Secret? Ich glaube, hier war auch so ein Secret irgendwo gewesen. So ein kleines... Monsterchen. Ja, ich glaube, hier war das. Und zwar hier. Genau, da steht's. Yeah. Voll geil. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Was geht eigentlich an... Was... Was geht eigentlich am Pfingstwochenende? Ähm... Pfingstwochenende... Äh... Kann ich kurz die Frage beantworten? Oder ist hier gleich Action? Äh... Pfingstwochenende? Ich muss arbeiten. Also ich werde... Habe ich ja gesagt, meine Streams werden jetzt... Alter, halt doch mal. Okay, pass auf. Wir machen das anders. Werde ich gleich beantworten. Ich räume mal eben hier auf, ne? Ist ja gerade hier wieder eine Demo am Feiern hier. Und der... Und der quatscht mir auch immer dazwischen hier. Der... Yeah. Und der Typ quatscht mir auch immer dazwischen. So, pass auf. Und auch für die Leute... Uah, das gibt's doch nicht. Wo kommt der Leer? Erstmal... Erstmal hier aufräumen. Ha, nein. Ich hab wenig Munition. Oh Gott, nein. Uah, wo kommst du her? Ja. Mein Name ist Sean Rambo. Äh. 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 Okay. So, ich geh mal in so ein... Ich glaub, hier ist ein bisschen... Ich glaub ich... Das gibt's doch nicht. Ist da jetzt mal Ruhe hier. Da war Benzin. Ja, Benzin hab ich aufgesammelt. Hab ich jetzt. Yeah. Nehme ich gleich. So, pass auf. Also, für alle Leute, die, äh, äh, jetzt zuschauen im Stream und die nachfragen. Wie gesagt, Wochenende wird es diesmal, also wird es komplett... Ich glaub, hier kann ich stehenbleiben. Dann quatschen wir nicht dazwischen. Also, Wochenende wird es nicht mehr geben, die Let's Play Live Show. Also, kein Freitag, Samstag mehr. Sondern, ähm, nur noch in der Woche. Wahrscheinlich entweder Dienstag, Mittwoch. Äh, Mittwoch oder Donnerstag. Oder halt Dienstag oder Donnerstag. Das könnt ihr auf Facebook selber entscheiden. Und dann immer so ab 6 Uhr. Also, ab 18 Uhr. Ähm, wann und wie die Tage fallen werden, werde ich auf Facebook dann nochmal schreiben. Und auch nochmal im Stream sagen. Wie gesagt, ab jetzt durch die neue Arbeit, alles wird ich kein Wochenende mehr haben. Außer mal zwischendurch, wenn ich dann mal frei habe. Aber ansonsten wird es kein Wochenende mehr geben. So. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Aber ansonsten, wie gesagt, normalerweise gab es ja die Let's Play Live Show immer Freitag, Samstag ab 20 Uhr. Aber das fällt ja jetzt, wie gesagt, komplett ins Wasser. Durch die neue Arbeit, durch den neuen Job. Und, ähm, dürft ihr ein bisschen nachsehen haben. In der Welt mit mir, Alter 20 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Hello and welcome. Hallo und herzlich willkommen. So, wo musste ich denn jetzt nochmal hin? Ich glaube, ich musste... Dö, 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 dö. Hier muss ich später hin. Ah, hier waren wir gerade, ja Ah, guck mal, der läuft Okay, einfach, hallo, 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 alter Na, endlich So, ciao Und was schaffst du so? Ähm, du meinst, was ich arbeite? Ich arbeite momentan als Taxifahrer Bin momentan am Probearbeiten So Und da muss ich halt, äh, da hab ich mich halt geeinigt Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag arbeiten Und dann halt die Rest der Woche frei Ne, warte mal, hier sind wir gestartet, ne, genau Und da hab ich mich halt so geeinigt Deswegen, ähm, wird es streammäßig dann ein bisschen verschoben werden Aber ich stream ja trotzdem weiterhin Also ich bin nicht ganz weg vom Schirm Nur halt, äh, wie gesagt Nicht mehr Freitag und Samstag, 20 Uhr So, Dämon42 Ich grüße dich auch, willkommen zu Let's Play Live Schön, dass du eingeschaltet hast, im Übrigen Ähm So Weißt du, meine Freunde haben dich tränen gelacht, als du The Park gespielt hast? Ja, das kann ich mir vorstellen Das ist doch super Aber ich find das sowieso total krass, äh Weil du's gerade, weil du's gerade ansprichst Uah Weil du's gerade, weil du's gerade ansprichst hier mit, mit, äh Ich und meine Freundin und so, äh Ich find es krass, wie viele Wie viele Paare auch hier zusehen im Stream Das ist unfassbar Das ist, wie ich das erste Mal erfahren habe Dass hier auch so Paare sich zusammensetzen abends Und dann gemütlich zusammen gucken Das ist unglaublich Das ist, äh Vielen lieben Dank dafür Und das ist unfassbar Also echt Na So, ähm Ich muss nach Bortrop Taxi fahren Huch So VPN 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 Äh Okay, dann muss er natürlich auch noch auf am Wochenende ran Ja, das stimmt